Ja gut, du hast Cut gemacht, ne? Ja? Du hast ja Cut gemacht, ne? Ja, auch zwischendurch. Ja, bei 4 Stunden 15 Minuten. Alter, wie lange, wie viele wuseln da jetzt unten rum? Sterben die mittlerweile unten? Ach, Schatz. Ach, Gea. Oh man, die Schuhe sind kaputt gegangen, cool. Ich freue mich, wenn man nach oben gehen kann. Hm? Wenn man nach oben gehen kann. Nein, ihr seid so kleine Hurenviecher. Wie viele wuseln sind denn hier? Das muss ja echt große Ebene sein. Kannst du dich denn von oben reingraben? Das muss aber auch funktionieren. Kannst du trotzdem vergessen. Hi. 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 Ich frau mich, aber er hat jetzt solche lange mal leid. Ich werde gerade penetriert von einem Scheiß-Zombie in den Po. Da stehst du doch drauf. Na, was essen hier? Ich verstehe auch nicht, warum hier ein ME-System ist. Na ja, nicht wirklich ein ME-System für einen Controller, ne? Hat er noch Controller? Ah, hier ist die... Oh. Ich sehe hier, du hast dich reingekommen. Ja. Moment. Es muss eine Funktion geben, dass wir es schneller kaputt gehen, und zwar TNT. Wenn TNT nicht hilft, ne? Haben wir viel Spaß gleich. Ah! 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 Mein Dick! Oh, da bin ich fast runtergefallen. Hui. Es war weg, 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 weg. Ich brauche Blöcke. Äh, D, N, D. Ah. Ja genau, ich kann ja kein TNT schreiben, weil T funktioniert ja nicht. Ich muss nur erst das Z in einem das T drücken. Nein, weil mir geht auch das Z nicht. Aha. So, ich nehme mal vielleicht... Der war ganz gut. Core-Log. Running Self-Apair. Rules missing. Replace Basetime. Nein. Ich hab dir was zugeworfen. Was? Ich hab dir was zugeworfen. Ach, TNT meinst du? Ja. Naja. Ah, okay. Hier ist das komische, wo es war. Es war ja noch... Flint and Steel, da. Find ich in Steel. Schau mal. Let it work, let it work. Ach ja. So. Ach ja. So. Die Wusel-Gusel. Es funktioniert mit TNT, aber so viele Wusel-Gusels. Wusel-Gusel-Wusel-Gusel. Wusel-Gusel. Für Behinderten, ne? Ich weiß, aua. Es funktioniert mit TNT. Ja, ich hab's gehört. Wusel-Gusel. Es bohrt aber jetzt nur einige, ne? Ich brauche mal deine Hilfe hier vorne. Keine Ahnung, 100 Stück oder so. Aha. Aus einer TT-Sprengung. Ja. Ah, lasst mich. Ich glaube ich immer ein anderes Schwert. Das eine bisschen leveln. Ich nehme den Säbel jetzt. Zack. Zack. Warte, wir hatten noch Super-TNT bekommen, oder? Kann sein, ja. Auf jeden Fall gibt's hier viele Steine, die leicht kaputt gehen. Mhm. Vielleicht ist das auch so eine Art Weg. Kann sein, ja. Oh, Witches. Oh mein Gott, ich bin tot! So wie immer. Äh, du willst gar nicht wissen, wie viele kleine Viecher daraus kamen. Ja. Boah, ich spring gleich lieber in den Tod runter. Versuch das zu überleben. Also mit diesen Scheiß-Dingern zu kämpfen, seid ihr denn irre? Äh, hast du grad Super-TNT gezündet? Super-TNT? Okay, warte. Das hat mich aber gehauen und ich glaub das nicht. Oh, meine Pust ist kaputt. Oh, mein Kopf ist kaputt. Doch wir brauchen nur neue Rüstung. Wir müssen mal die andere Welt kurz reinmachen. Nein, warum? Um das Tartarin-Gesetz. Ja, der nimmt doch eine andere Rüstung so lange. Äh. Den muss ich jetzt auch erst nehmen. Ich muss noch was weg tun, ey. Schnapp dir einen Flint in Steel und nimm ein bisschen TNT. Kriegst du von mir. Nö. So, neues Feuerzeug. Oh, noch nimm noch Feuerzeug. Oh, heiß gelötter. Kann man wo die wieder herkommen? Hups. Fahr ich nicht. Jetzt weißt du, was ich meine, ne? Ja, muss ich erforschen. Weißt du, was? Lass die brennen. Geh mir auf den Sack. Ah, geh weg, du kleiner Wusel Wusel. Ja. Have fun mit Doppel-TNT. Oh, da kommen paar Silber-Nuggets angepflogen. Oh, 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 oh. Die müssen aber alle sterben hier, ne? Weil ich will guck darunter uns. Ohohohohoho. Was ist passiert los? Guck mal hier vorn hin! Hier! Guck mal hier runter! Blub! Brrrrrr! Bauerwanger! Guck mal wie die VTT flüchten! Guck mal da! Warte zu rennen! Ja warte! BOOM! Übertreib doch mal! Was denn? Ja genau mit PC! Bist du weg? Das sprengt hier noch mehr weg! Oder? Oh ist das langweilig! Hast du die Flüssigkeit weg gemacht? Nee, wie denn? Kann ich doch grad noch nicht, komm da grad nicht! Warum ist die denn so tief unten? Ich weiß auch nicht warum! Ich hab die noch nicht mal so tief gesetzt! Ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab die noch mal runter! Guck mal wie das da unten ist! Ja und die Flüssigkeit jetzt? Hast du wieder im Eimer oder was? Ich muss mich gleich holen! Einen Moment! Warte! Pass auf! Du musst erst mal herankommen und hör auf zu sprengen! Mal ganz kurz! Nein! Doch! Ich muss die Flüssigkeit holen! Dankeschön! Was denn? Weil du gesprengt hast bin ich zurückgestoßen durch die Drückwelle hinter der Mauer! Auf 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 der Mauer! Alter wie viele kleine Dinger da unten sind Ja... Merk Booyachaka! Wir sind generell vollkriegen nicht sicher Oh! Guck mal da ist ein Zwischenraum Oh da war ein Zwischenraum Das ist so gestört ne? Guck mal wie viel da unten ab geht War da ein Zwischenraum echt? Weiß ich nicht, das hat geleckt Da kann auch ein Raum, weiß ich Hier kann auch was anderes zwischen gewesen sein Feuer frei! Kommandoo! Still gestanden! Autsch Ist der jetzt schon wieder? Ich wurde hier reingekickt von irgendwo Feuer frei! Oh mein Gott Was geht denn unten ab? Ich hoffe wir sind gleich unten Ich bin gleich unten angekommen Auch wenn die Wolle hier nicht drin ist Das macht grad extrem viel Spaß Ich merk Booyachaka! 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 Okay wir sind ganz unten anscheinend Da unten ist das rote Ich glaub ich hab mir einmal durchgespringt Hast du auch Hast du auch Hier ist scheinbar keine Wolle Ah wir sind noch nicht fertig Hier ist keine Wolle Oh mein Gott Der Zwischenraum war wahrscheinlich nur das Glas da Nein wir sind hier mit dem Ding noch nicht fertig ganz Na dann mach mal weiter Mach ich doch jetzt auch Lange ich noch TNT hab Zu Nutsche was her Oder kann der Zwischenraum da sein wo die Treppe ist? Das kann auch sein Also war das irgendwo da hinten ne? Auf der anderen Seite Ja hier unten wo ich grad rumrenne Du kannst halt durch die Gegend gekickt werden Von der Zwischenraum Durch die kleinen Wuselkusens Ah ich mach mir das ein bisschen einfacher ne? Würde ich sagen Direkt sich ja den Herzen bin ich schön Hi Witch Hi Witch to Hell Naja das war ein Stepper hat aber echt Oh mein Gott ich werde sterben Oh mein Gott ich bin nicht gestorben Ich muss dich aber jetzt verpissen Ich sterbe an Gift Oder ich sterbe nicht an Oh halbes Leben Ah ich bin nicht an Gift gestorben Geh weg bitte Schlaf mich nicht bitte nicht Ich hab ein halbes Leben Hä Okay ich bin doch grad selber schon Warte Ich wollte grad von oben Ich wollte grad von oben Hä? Wollen wir Pause machen? Pause warum? Ja dann spreng ich so lange weiter Dann spreng ich schon mal vor Dann mal kurze Pause Und ich spreng schon mal vor in der Zeit Ja mach das Okay Ich bin dann hier die Aufnahme Leute Und bis gleich Bis gleich